ich bin mit meinen freunden also ich bin gerne mich drauf ja ich weiß nicht was jetzt machen also ein anderer freund war also wir haben schon was zu essen weil wir können brot sammeln ja leute also also ja ich habe ein schaf hier gefunden cool ein schaf ja ich habe ein schaf gefunden noch ein schaf brauche ich leute hat dann wie wer ist dort unten und farm wow leute ich sehe dich aqua warte ich baue ich baue ich baue hier meine brücke war meine brücke hat ich komme zu dir und bauen eine brücke weil wir dass wir fahren können das ist so schlecht aber du kannst hoch leute also abonniert und machen ein like also ja ja auch ich habe zu hause ich habe ein ich habe ein 1 1 1 1 ich habe eingestellt ist heißt minecraft überleben ja das ist das nicht man nicht mein mann aus wenn man das spricht alles mit f aus alter es brüche Das heißt überleben in Minecraft, Minecraft, ja und da vorne ist das Ginta, ein Dünnschuss. Da bist du eklig. Ja, das war nur Gröbseite. Junge, die sind Fische. Wie viele Würmer hab ich denn noch, Alter? Würmer, habst du noch? Habst du noch? Ja, erst mal. Ich bin runtergefallen. Hey, tschüss, tschüss. Leute, ich bin runtergefallen, ich bin so am Arsch. Wir sind alle zu zweit runtergefallen. Aber ich nicht. Ja, da fast. Fischi, Fischi. Kann mir jemand helfen? Nein, aber nicht runter springen! Aber noch ein bisschen, ja. Aber noch ein bisschen, ja. Aber noch ein bisschen. Also Leute, macht ein Like und abonniert mich. Ja, wie immer. Ja, aber wenn ihr es nicht macht, dann seid ihr leider nicht so ein Ehremann, aber schon ein Ehremann. Schau mal, du bleibst nicht erst mal deine Freundin zuordnet auf deiner Küche. Du zockst erst mal zu viel. Also mein Freund hat hier ein bisschen Probleme. Junge, ich hab ein Piranha. Ja. Du kannst hier jetzt... LOL! Ich hab ein Piranha gefangen. LOL! Ich hab keine Spitzsack gewässt. Das ist... Das ist ja richtig, bitte. Oh, man verfügt meine Fische nicht. Warte, ich guck, wie die Fische gekommen sind. Junge, deine Glätze sieht man die... Ja, eben. Das ist scheiße. Denn, ähm... Hä? Ist das Eisen? Nee, das ist nicht Eisen. Also Leute, macht ein Like, abonniert mich. Ey, ich hab ein Kugelfisch. Leute! Ey, das ist... Nein! Nein! Kugelfisch ist Wodka. Das ist Kugelfisch ist Wodka. Wenn wir Wodka zum Fall trinken wollen, dann... Nein, ich kann nicht mehr hoch, das Wasser ist leer. Junge, mach Wasser auf! Mach Wasser auf! Kann ich nicht mehr. Das Weiße ist leer. Leute! Mach Wasser auf! Kann ich ja nicht mehr. Das Wasser ist leer. Oh, nein! Wir retten dich, das Wasser kommt! Ich guck, dein Mögel! Ja! Sei mal froh, dass ich dich gerettet habe, Alter. Mach mal nicht zu! Machst du Livestream? Machst du Livestream? Also ich mach Livestream! Also Leute... Also Leute, ja... Lade mal alle hoch! Also Leute... Mann, Alter... Mach mal... Mach mal das Wasser weg! Warte kurz... Ja, mach... Alter, mach mal Wasser weg! Mach mal... Mach mal das unbedingt! Weil... Soll ich wegmachen? Ja! Ich brauch noch einen Faden. Ich schwör, ich kann... Meinen Bogen... Und dann... Jonas könnte schon einen Bogen machen, aber er hat keinen gemacht. Ja, damit wir unendlich Essen haben. Hallo, Fischli! Das schmeckt doch lecker! Nein! Ich hab eine Wolle! Hat jemand was zu essen? Ich sterbe sonst! Ich hab eine Wolle! Ich hab eine Wolle! Gib mir alle drei Wolle! Ich hab... Ich hab... Leute, ich hab auch eine Wolle! Gib mir alle Wolle! Gib mir alle Wolle! Die du hast! In die Kiste lege ich dir das. Leute, aber... Also... Ist egal! Wir haben hier so ein Ding! Ich weiß nicht! Also... Damit die Zombies dort reinfallen? Damit keiner zu uns nach Hause reinkommen? Warte, schlag mich nicht! Hä? Nicht schlagen! Ich hab zwei Herze! Ich hab's in die Kiste gelegt! Weil wenn er die Kamera bewegt und die schlag... Das wäre jetzt ausversichtlich! Ich hab noch eine Wolle! Noch eine Wolle! Aber nicht zu uns im Zimmer ran mit Jonas! Mach an Silber! Fischi! Fischi! Ich mach einen Leiter! Fischi! Okay! Ich hab ihn ausversehen! Ach, Alter! Sorry, aus Versehen! Ich wollte so... Alter, aus Versehen! Du hast meinen ganzen Loot genommen! Äh, äh! Gib zurück! Ich hab nur... Ich hab nur mein... Ich sag nur mein... Ich hab nur mein... Ich werd' dich umbringen! Ich werd... Wunder, bring ihn um! Bring ihn um! Bring ihn um! Ich hab' ich mal Sachen... Wenn ich meinen Lut nehmen! Danke! Wenn ihr meinen Lut nehmen, ist es schwer... Hallo, wir nehmen grade auf! Dummilein! Wir brauchen einen Leiter. Irgendwie brauchen wir schon einen Leiter. Wo ist Schmei? Wo ist Schmei? Wodka liege ich in meine Kiste? Dann so. Also Leute, ja, warte mal kurz. Ich weiß nicht jetzt, ob hier. Hat jemand Stecker? Ich meine Holz, also Holz. Nee, warte, warte. Wir haben einen Bogen. Kann uns jemand einen Bogen machen? Wir haben einen Pfeil. Ihr draußen. Wir müssen pennen gehen. Lasst pennen gehen, lasst pennen gehen. Ja, warte. Jonas, wir brauchen einen... Nein, hallo, das ist Nacht. Das ist Nacht. Leute, ich brauche einen Fackel. Leute, ich brauche einen... Ja, mir aber, okay. Hab ich doch nur gesagt. Gehört mir aber. Ja, schon mal das Beste. Also, Leute, ich geh pennen. Verbraten nach Hühnchen. Ey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ey, ich ist draußen. Ich brauche Hilfe. Sag, wann bist du draußen? Geh rein. Wasch ein Bett, weil ich Brot brauche. Ey, gib mir da. Gib mir die. Warte, ich muss aufstehen. Warte, ich muss aufstehen. Warte, das hört mir. Äh, gib mal die... Äh, gib mal die... Ich guck dir alles. Gib mal die Skelette, also... Hey, gib es in die Kiste mal rein. Kommst du echt nicht hoch? Aua. Entschuldigung, was soll ich machen? Nicht in die Kiste. Nö, ich brauche... Die braucht man nicht. Soll ich die Kiste... Gib... Ja, aber ich gebe dir einen. Alle. Aha, da können wir Brot machen. Gib, gib jetzt mir. Ja, ich nix in der Kiste. Warte, wir gehen morgens... Warte, ich mach die Fackel auf der dritten Etage. Pack mir einer hier Dinge. Ey, du musst auf der dritten Etage schlafen, gell? Ey, dein Fackel, ja? Ja, was kann ich machen? Mach dir ein Bett. Und schlaf auf der dritten Etage. Gib mal dein Bett. Soll ich... Soll ich ein Irrgeln oder ein Bogen? Was? Deine Angel, damit wir auch endlich Essen haben. Eigentlich besser ein Angel, ja. Ja, besser ein Angel. Gib mal dein Bett. Gib mal dein Bett. Nö, ich schlick. Gib mal dein Bett. Gib mal... Ich schlick... Ich schlick... Ich mach's dir hin. Gib mal dein Bett. Gib dein Bett. Nein, ich mach's da. Guck. Nein, nicht dort. Nicht dort. Alter, nicht dort. Warum? Alter, mach weg. Ich schlick... Ja, warte mal. Ich schlick dann hinter der... Geh weg. Hör auf, ich hab dich nicht geküsst. Ja, komm, ich sag dir, wo du es hinmachen soll. Ich schlick dir, was schwer zu geben. Ja, immer alleine. Dein fucking Mann. Und fuck, so ernst. Hier. Damit das Loch man nicht sieht. Nicht nix dran. Nee. Also, ich zeig dir jetzt mal, wie. Ach, ja, da. Also, ich weiß nicht, was du nimmst. Das geht nicht. Ich weiß, ob ich schlack. Ja, dann schlaf so. Schlaf so. Gib das wieder zurück. Was? Ach so, ich hab das Bett. Also, mein Freund vorzieht. Ey, das war die Kugel. Nee, meine Katze. Ja, lol. Warte, nicht noch, nicht noch pennen. Juna, steh mal auf, steh mal auf. Kannst du, kann ich denn Sachen in deine Kiste reinlegen? Wurda, ich hab erst eine Etage. Ey, ihr habt so ein geiles Zimmer. Warum habt ihr so ein geiles Zimmer? Ich hab nicht mal das... Oh, Mann, warte kurz nicht. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Gib mir mein Hühnchen her. Ich hab's aus Versehen geschworen. Okay, die hab ich nicht. Hast du wohl, Alter, du hast sie aufgesammelt. Ihr seht nicht, denn... Alter, wir brauchen... Du brauchst ein Elbitzer, hallo. Und was machen? Ja. Was ist mit dieser Kiste falsch, Alter? Ey, pack alle um. Okay, ich geh pennen. Okay, ich geh pennen. Okay, ich geh pennen. Okay, ich geh auch pennen. Ey, 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 bist du betrunken? Okay, Leute, ich bin aufgestanden. Jetzt, jetzt. Ich glaub, wir müssen das Video enden. Like und Abo. Auf jeden Fall like und Abo. Oh, Hilfe. Und, Leute? Bitte nicht schlagen. Ich sterbe. Okay, dann, Leute, tschüss. Guckt mich auf dem nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.